Willkommen, mein Name ist Lutz Reinhardt von profischnapp.de. Mein Thema heute Patchwork einrichten. Kombinieren Sie Einzelstücke und profitieren Sie im Wohnwert. Ich zeige Ihnen fünf Beispiele, wie Sie Ihre Wohnung verschönern können. Erstes Beispiel, Kombination von einem Sofa mit einer Liege. Mit einer Liege? Ja, mit einer Liege. Die Liege ist das Schauobjekt, das Sofa ist das bequeme Objekt. Hier habe ich ein Sofa von Himmola mit Vollgelecksbeschlag, volle Bequemlichkeit. Das ist schon mal ganz gut. Allein ist aber der Sofa oftmals verlassen und zu wenig. Deshalb hier die Schilligliege, wow, in Samtweller Grau dazu. Ein Schauobjekt, unbequem. Was wollen Sie mehr? Trauen Sie sich, ein schwarzes Sofa, eine graue Liege, Sie machen nichts falsch. Wir gehen jetzt zur zweiten Kombination. Und zwar haben wir hier ein Sofa mit zwei Sesseln. Mein Kameramann geht gerade nach hinten. Hier haben wir ein graues, ehemals Schillig Sofa, Selection Plus. Sehr kubisch, klassisch gehalten, mit zwei Sesseln von Willi Schillig, unter 265 Oliver, einer in Stoffblau, der andere in Lederblö. Ungewöhnliche Kombination, dazu noch einen Zweisatztisch in Eiche mit Glas. Aber das Ganze bringt mehr Wohnwert, wie wenn alles gleich aussieht, gleich langweilig grau. Durch das Blau, ich verbinde das Ganze dann noch mit Kissen, die überall drauf liegen. Mir gefällt es. Natürlich muss es nicht jedem gefallen. Der Geschmack ist individuell. Aber passend tut das. Das Gleiche gibt es im Tischbereich. Hier habe ich eine große S-Kruppe aufgebaut für Sie. Eine S-Kruppe besteht aus zwei Bänken, einem Tisch, vier gleichen Stühlen an der langen Seite und zwei gleichen Stühlen an den Stirnseiten. Die Stühle an den Stirnseiten sind von K&W und in Mikrofaser Rot. Die heben sich ab. Die bringen Ihnen das Besondere. Die Bank ist ruhig und bequem und die vier Stühle sind trendig durch dieses feine Gestell, die Sie haben in schwarz lackiert. Das Ganze sieht besser aus, wie wenn alles gleich ist. Das ist meine Empfehlung. Trauen Sie sich, tun Sie einfach etwas kombinieren und erhöhen Sie den Wohnwert. Hier gehen wir jetzt rüber in den zweiten Teil unseres Showrooms. Hier haben wir unseren Relax-Sessel geparkt, einer unserer Schwerpunkte. Hier habe ich jetzt zwei Sofas von Himmola mit Funktion. Annähernd dasselbe Modell, aber zwei komplett unterschiedliche Farben. Eine Farbe ist ruhig, grau und eine Farbe ist aufregend, rot. Und das bringt Spannung in Ihr Wohnzimmer. So können Sie mehr rausholen. So werden Ihre Freunde sagen, wow, das ist aber etwas Besonderes. Und das Wichtigste sind nicht Ihre Freunde, sondern Sie selbst. Gefällt es Ihnen. Das ist das Nonplusultra, das ist das A und O. Und zuletzt zeige ich Ihnen auf unserer Fotofläche einen Relax-Sessel, denn Relax-Sessel kann man immer kombinieren. Auch zu einer Garnitur. Ich habe hier einen Sessel in einem warmen Braunton. Ein Relax-Sessel ist immer ein Individualist und sollte nicht gleich aussieht, sollte nicht die gleiche Farbe haben, muss etwas Besonderes sein. Also, trauen Sie sich, kombinieren Sie Einzelstücke, erhöhen Sie Ihren Wohnwert. Erlaubt, was gefällt. Ihr Geschmack ist entscheidend. Lassen Sie sich nicht zu einer uniformen Einrichtung überreden. Dankeschön für Ihre Aufmerksamkeit. Ich freue mich, wenn Sie Ihre Einzelstücke bei profischnapp.de einkaufen. profischnapp.de, Ihr Outlet für Sofas, für Markensofas online und hier in Empfingen. Bis zum nächsten Mal. Ihr Lutz Reinhardt und Tschüss.